Hallo liebe Studentin, hallo lieber Student, kommen wir nun zu Seite 3, zu den Fragen zum Leseverstehen, zum Thema Reiseverhalten und Klimawandel. Bitte beantworten Sie die Fragen in vollständigen Sätzen. Nummer 9. Wie ist nach Pfeifers Meinung das Interesse am klimabewussten Reisen? Nummer 10. Wer ist im Forum an das Reisen vereint und wie viele? Nummer 11. Wird der deutsche Reisemarkt von diesen Veranstaltern zu einem größeren Teil bedient? Nummer 12. Was kann der Fernreisende bei Atmosphäre tun? Wem kommt dies zugute? Vertiefen können Sie Ihr Wissen in der unten angegebenen Quelle. Tschüss, bis zu den nächsten Seiten. Dort üben wir dann grammatische Transformationen und Wortschatz. www.auberz府.org